hallo und willkommen zu lonestar wir spielen larry wir müssen irgendwie dieses gerät hier sabotieren weiß aber noch nicht wie hier ist noch was moment also das plakat haben schon aufgehängt da ist ja finde ich auch bin mir nicht so sicher dass es eine schaffigur ist ist auch besser so larry da haben wir noch was ein diamond ring ok kann man da aufsperren haben wir einen schlüssel eimer cool slushy wäre vielleicht nicht die gewesen die figur brauchen wir irgendwie reden wir noch mal mit becky oh becky becky will nicht mit mir reden it would just fly away according to wankypedia this species only lives from what humans feed them over the years they have developed a taste for particularly disgusting food okay wir brauchen also irgendwas wie dieses gluten free bread okay da hilft uns vielleicht diese soße ab zu lefties die war da hinten seltsame konstruktion hat er da mit den röhren so also vielleicht ist auch der corndog hier das find just the way it is echt ja that fits in there okay jetzt vielleicht ist gluten free bread that doesn't help me no okay dann die münze einschmeißen ah nee die haben wir schon eingeschmissen okay what do i want dann nehmen wir diese soße one portion of szechuan sauce for the old corn dog coming right up the corn dog is covered with szechuan sauce the szechuan sauce makes the sausage look more or less edible kann man das jetzt noch kombinieren mit dem brot that can't be combined nein kann man nicht feels moist okay wie kriege ich das weg wegkratzen ein poster haben wir noch doch the wall is too moist the moisture left the wall completely porous these things are self-adhesive but the wall is too damp vielleicht können wir mögen wir dich mit irgendwelchen heftklammern oder sowas festmachen also reißzwecken ist das eine linse nee doller bekleber vielleicht bekleber da so ein nagel hier bräuchte man kann ich die irgendwie rausziehen wer war hier kim vielleicht geht's mit denen ich kann das benutzen ich kann das benutzen um das poster aufzunehmen ich werde ein darts einfach in case ich mich aufzunehmen ich habe endlich alle poster aufzunehmen ich habe letztendlich alle poster aufzunehmen damit ich nicht umkommen um hier den strom zu reparieren naja war ein versuch wert ein kondom drumrum binden wird auch nichts bringen hätte er sein können gut dann geht's zurück zum pitchen gleich frisst er das nicht nostalgique corndog das fress du auch nicht vielleicht ein kaugummi kann man es nicht irgendwie kombinieren vielleicht mal ein zäure also das fress du auch nicht können wir das vielleicht irgendwie kombinieren na zum glück nicht was mit dem slushy was haben wir denn jetzt nein passt nicht wir brauchen also irgendwas zu futtern für die taube hier mir fällt jetzt aber gar nichts ein beim lauter essen dabei aber das will sie nicht wieso nicht vielleicht wäre da was dabei gewesen kann man sie vielleicht fangen kann man sie vielleicht fangen was brauchen wir denn da was brauchen wir denn da kann man vorstellen wenn man sie vielleicht noch irgendwas übersehen hier Bullauge, aber das bringt sonst auch nix. Wir bräuchten irgendwas zu futtern. Repair Hatch, Power Kabel. Können wir da vielleicht die Sojasauce reincappen? Ein Kurzschluss sagen, geht anscheinend nicht. Kann man also auch nicht benutzen. Hm, Temilco. Schade. Hm, wild kombinieren ist ja eigentlich auch immer ne gute Strategie, grad irgendwie gar keine Idee. Hm. Also, was haben wir denn? Nichts Vernünftiges haben wir hier. Oh, nein. Ich hab einige schlechte Erfahrungen mit denen gehabt. Den Pock bekommen wir auch nicht. Losschneiden wird man auch nicht können. Hm. Was könnten wir denn noch kombinieren hier? Kommt so vor, wer jetzt das meiste hier misst im Inventar? Ist doch gar nicht. Kann ich das E-Cigarette haben? Nein. Nein. Mein Körper braucht die Organe substances. Die Cigarette evaporate. Ich habe nie gehört, dass diese E-Cigarettes in einer Weise harmlos sind. Hm. Hm. Ja. Was machen wir? Let me guess. Um... Okay, das hatten wir schon. See you later. Schauen wir vielleicht nochmal, ob wir da doch befleiter kommen. What do you want? So, uh, what goes on in there? Exclusive things. Too exclusive for someone like you. A club should be overjoyed to have someone like me as a guest. Why don't we just agree on, uh, no. But, if you know someone who could deliver exclusive, extraordinarily delicate performance here, Tell me, we are always on lookout for fresh show acts. Well, I can... Fresh. I'll come back later. Ja. Dann geht's vielleicht bei Lämmer weiter. Die lassen uns ja nicht rein. Wir haben ja jetzt alles abgegeben. Ach, können wir vielleicht die Ratte mit dem Korndog anrotten? Äh, rotten, anrotten. Unlocken. Ne. Gleich mit dem Gluten-free. Auch nicht. Wir haben lauter Ess-Sachen dabei, aber weder die Ratte noch Pigeon, wie das ja auch so eine Art Roddy ist. Wollen das irgendwie? Flowers? Hm. Hm, 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 hm. Ne. Sieht nicht gut aus. Dann sagen wir doch einfach mal Bescheid, dass wir alle Plakate aufgehängt haben. Was's up? Was's up? I put up all the posters. Great. Thanks a lot. So, do we want to get down to the sex now? It looks like I really got you hot to try. Be patient a little longer until I have the gig behind me. Okay. Ähm, ja, und was ist jetzt? Kann sie vielleicht... Braucht sie echt die Gitarre noch, oder was? I found your guitar. You have it? No. Apparently some guy bought it and doesn't believe it was stolen. What? Then you have to convince the guy otherwise. Okay. I'll figure something out. See you in a bit. Ja, das hilft uns jetzt nicht weiter. Nicht wirklich. Hm. Hm. The cunning language by Montgomery Clitheroe. Clitheroe. Hm. The Cli... Kann man nicht mitnehmen? Da bräuchte ich erst die Schallplatte für. Die hab ich natürlich nicht. Kann man das wegwischen? I don't think so. Nee. Was könnten wir jetzt noch machen? Reden wir über den. Hello. Welcome to the Salon de Lazard. Vielleicht hat die irgendwas für die... Für die Taube. What else do you have on the menu? We've got... Chai... Latte... Makala... Downsay... St... And... All... Plus Falafel... All regional... And... So... Hm. Man kann nur noch den Bier fragen und nach dem Latte. I'll have a latte please? Gladly. That... What? A beer please? Really? Ah... Das bringt also alles... Nichts. I'll seal it. Im Gym geht's auch nicht weiter. Da bräuchten wir nämlich... Von dem Typen... Vom Lance... Was? Aber das hilft uns natürlich nicht. Kann man der vielleicht irgendwas verkaufen von dem Zeug? Was kann ich für dich tun? Hm... I'll come back. I look fitter. His pulse? Kann man dir das vielleicht andrehen? I don't think so. Nee. Ja, das hätte ich gerne. Das würde mir auch gut aussehen. In oh... So viele Pläne. Ja, da bekomme ich ja nichts von. Kann sie hier einem was anderes erzählen? Feel free to... Look around. Hm. Kann nichts kaufen. Hehe. Zahnbürste, die dazwischen steht und der... Und der Mixer. Kann man dem jetzt vielleicht andrehen? Das ist nicht eine gute Idee. Nee. Will der vielleicht die Sojasauce? Also... Man kann denen allen nix zu fetten futtern geben. Für... Ich weiß auch nicht. Was könnte es noch sein? Die Typen bringen mir auch gerade nichts. Hm... Ein Schuh würde uns auch nix bringen. Vor allem, ich bekomme ihn ja auch gar nicht. Können wir vielleicht dem Hund das geben? Weil ich nicht weiß, was wir mit dem... Ding wollen, was er im Maul hat. Das ist nicht eine gute Idee. Bringt uns also auch nix. Was mit Lefty? Weiß er was? Das haben wir alle schon gefragt. Den können wir auch gerade nicht reparieren. Weil wir das Kabel nicht reparieren können. Eine Rolle brauchen wir nicht. Hm... Okay, was für Ingredients brauchen wir denn? The Ingredients I'm supposed to get from Lefty. Something to enhance the beer's taste and aroma. Something that'll turn the beer high octane. Something completely natural with a vitalizing effect. That would be an edible ingredient, but I wouldn't know what to brew right now. Hm... Find man Lefty. Das ist nicht eine gute Idee. Kann man ihm das nicht geben? Ich glaube nicht. Oder muss man das selber brauen können? Er würde das nicht lieben. Wieso denn nicht? Erzähl mir nochmal, wie das mit dem brauen funktioniert. Eh, was ich für dich tun könnte, Larry? Well... Das müssen wir vermutlich selber brauen. The Ingredients I'm supposed to get from Lefty. Something to enhance the beer's taste and aroma. Something that'll turn the beer high octane. Something completely natural with a vitalizing effect. Hm... Habe ich eigentlich nichts dabei. That's where the ingredients go, but... I wouldn't know what to brew right now. Weiß er nicht? That's where the ingredients... Okay. Weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, wie... Wenn man das versuchen will, zu brauen. Kann man nicht irgendwie ein Mikroskop bauen? Das ist alles schlecht. Larry? Oh man... Hey Larry. See you later then. Hm... Sie weiß grad nix. You know... I'm definitely not going to make any jokes about blowing or gum right now. Later though. I've entered a reminder for that into your calendar. Naja, ich glaub das hat man auch schon. Hey, I need those for my strawberry bush. I'm only barring them for a second. Ich glaub ich komm nicht raus, ohne die Schere... ...wieder abgeben zu müssen. Was könnten wir jetzt damit machen? Hm... That's fine, just the way it is. Those two things don't work together. Kann man hier nix abschneiden? I don't think so. The age rating... Hm... That doesn't work. Ah, das könnte man mit der Schere machen. That doesn't happen. The age... That can't... That doesn't... ...macht irgendwie alles wenig Sinn. That can't be... Weiß auch nicht, was wir so schneiden könnten. Die zwei Dinge sind nicht... Die Zeitrautung... Das kann nicht kombiniert werden. Nee, bin ich völlig ideenlos. Du würdest dich gleich beschweren, wenn ich abhauen will. Ja, ja. Hm. Also, schauen wir mal, dass wir irgendwas zu essen bekommen. Für die Taube. Oder für den Hund. Lauter Tiere, die irgendwas brauchen. Das wird irgendwie nix. Hm. Schauen wir nochmal in die Bar. Okay. Vielleicht können wir die nehmen. Hallo. Willkommen in den Salon des Lezardes. Was hast du noch auf dem Menü? Wir haben Chai Latte, Maca Latte, Normal Latte, auf dem Menü. Ja. Okay, das hatten wir alles schon. Gut. Also. Das bringt uns nichts. Das haben wir schon gedreht. Okay. Ein String. Ein String. Das hilft mir nicht. Nein. Das kann nicht. Okay, das wird nichts zum Essen. Diese zwei Dinge arbeiten nicht zusammen. Hm. Kaugummi. Ah, so. Kann man das kombinieren? Okay. Kann man auch nicht kombinieren. Vielleicht hier. Das haben wir ja schon probiert. Das kann nicht kombiniert. Das wäre nur ein paar zu viele organische Kulturen. Ich habe genug davon gehabt. Das habe ich genug gehabt. Nun wieder. Kann man das vielleicht mixen? Das hat mir nicht. Hm. Das haben wir schon ausprobiert. Das zwei Dinge... Nee, nee, nee. Das haben wir schon. Wieso nicht? Das hilft mir nicht. Diese zwei Dinge funktionieren nicht. Es würde trotzdem nicht so ausprobieren. Okay. Ach, das Glas war noch gar nicht leer. Ich dachte, das war leer, das Glas. Das kann nicht kombiniert werden. Ich sollte das auf Tiere testen, bevor ich eine andere Mädchen zufüge. Ah. Okay. Also dann entweder Hund oder Taubel. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich finde das. Es sieht ziemlich mangy aus. Und er hat sich mit Determination auf seinen Kuchen. Okay. Die zwei Dinge funktionieren nicht. both of us. Genau. Noch nicht. Und er ist damit stammt. Und ja, da ist es etwas... Nein! Nein! Ich bin nicht als ist es. Diese beiden Dinge funktionieren nicht. Hättest du schon ausprobiert? Fahr mal vielleicht erstmal zum Pier. Probieren wir das mal. Oh ja, sie mag das. Okay, das hat jetzt funktioniert. Die arme Taube. Ist ja eklig. Ah! Hm. What? Hm. Hm. Oh! Oh! Ja, das haben wir ja. Das haben wir im Inventar. Moment, hier. Ja. Hier geht's. Ein Korndog mit der rarest Szechuan sauce aller Zeiten. Oh mein Gott. Ein klassischer Korndog, direkt aus den Büchern. Oh, ich kann gar nicht warten, um das Wiener zu spüren. Um das zu spüren. Oh! 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 Ich bin da in derидliche Musik. At least, das bin ich. mood ich jetzt. Wie ich dieseам glaube ich bin ein bisschen confused heute. Hmm Ah, verdammt, ein ganzes Korn-Dog mit Szechuan-Sauce. Du weißt, wie viele Kalorien das gerade war? Die müssen sofort in Bicep transformiert werden. Ich sah in Timber, dass meine alte Flamme weg ist. Danke, Larry. Leider, wir missen die goldenen Stunde. Hm, dann fragen wir mal. Ist das die älteste? Ich kann mir vorstellen, was du möchtest in deinem Mund. Ich meine, das Moment, bevor die Sonne aufbaut. Das wäre der perfekte Hintergrund für deine neue Profile. Wir können nicht irgendwie das für die Fotos fangen? Wenn du spontan, findest du eine Sonne in deinem Mund, lass mich wissen. Okay. Gut. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Hallo. Was ist das? Was ist das Fotopanorama? Es zeigt eine Romantik-Sunset an der Golden Hour. Es ist ein bisschen fadig, aber das ist warum es suits New Lost Wages. Wie viel ist es? Ein Objektor. 100 Dollar. Aber ich nehme nur Geld. Ich habe nicht so viel Geld. Wow. Ich hätte es auch für ein wirklich unglaubliches zweite Hand Objekt verwendet. Ich werde versuchen, etwas zu finden. Bis zum nächsten Mal. Ja, das bringt uns jetzt alles nicht weiter. Wie geht es weiter? Wir müssen also irgendwie das bekommen. Wir brauchen hier 1000 Dollar noch Auto dafür. Ich sehe gerade keinen Weg. Weiß er noch was? Wenn du spontan ein Sonntag in deinen Haufen finden kannst, lass mich wissen. Hm. Wir fangen vielleicht zurück. In den Shop. Das ist das, was sie so populär macht. Mit einigen Leuten zumindest. Fred, ob I'm Lance. Okay. Naja, wie es weitergeht, macht Schaum heute nicht mehr, machen wir diese Stelle doch lieber ein kleines Päuschen. Und ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.